hallo herzlich willkommen zum wetter update vom vierten april bis 8 april 2018 heute wird es mit 17 bis 22 grad nochmals warm dieses aber nur im osten und süden der fall im rest des landes werden nur 12 bis 16 grad erreicht vom westen her regnet es heute etwas in manchen regionen fallen die schauer auch etwas kräftiger aus im osten und in der mitte des landes können vereinzelte gewitter entstehen im südosten bleibt es am längsten trocken in der nacht ist es bei vereinzelten schauen fünf bis zehn grad mild dabei ist es im westen kälter als im osten am donnerstag ist eher regnerig nur in hessen und franken bleibt es trocken im westen bleibt es bedeckt dazu kommt natürlich dann noch regen dazu sonst kommt immer mal die sonne zum vorschein es werden insgesamt 13 bis 15 grad im osten 6 bis 10 im westen unter dem schauer gebieten und 10 bis 13 grad den rest des landes erreicht an der nordsee stürmt es im rest des landes ist der wind mäßig bis schwach auf den bergen können auch ein paar orkanböen entstehen in der nacht zum freitag sind letzte schauer an der ostsee und im südosten bayern bei ein grad plus möglich sonst bleibt es trocken wolkig oder sogar klar dabei werden aber tiefstwerte von minus fünf bis null grad erreicht örtlich besteht die gefahr von überfrierender nässe und glätte dabei äußerst im westen aufpassen da hat es ja am donnerstag dann geregnet und es sollen wie gesagt bis minus fünf grad dort sein im osten ist es noch etwas milder bei minus zwei bis plus zwei grad am freitag ist es überall sehr sonnig bis zu 13 sonnenstunden sind zu erreichen dabei bleibt es bei 12 bis 15 grad und jetzt der trend zum wochenende und zum anfang der kommenden woche samstag 15 bis 22 grad bundesweit sonnig sonntag 18 bis 22 grad bundesweit sonnig vom westen herr wolkig mit vereinzelten schauen auch gewitter sind möglich montag 11 bis 21 grad im osten und süden sonnig in der mitte des landes können schauer auftreten sonst wolkig im rest des landes wolkig bis heiter am dienstag 10 bis 18 grad es wird wieder etwas frischer es kommt auch etwas wind auf es ist wolkig bis bedeckt von südwesten her schauerartige gewitter die können auch durchs ganze land ziehen das heißt es kann überall mal im blitzchen zucken genau das war es jetzt vom wetter update vom vierten bis achten april 2018 und noch ein bisschen drüber raus den trend ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag und wir sehen uns dann am freitag bis dahin tschüss